Die traditionelle Plenarsitzung des Südtiroler Landtags Ende Juli, bei der es um den Nachtragshaushalt geht, ist heuer um zwei Tage verlängert worden. Dies, da zwei weitere Gesetzentwürfe behandelt werden mussten und vor dem Ende der Legislaturperiode nur noch eine Sitzungssession, jene vom September, stattfinden wird. Die zusätzlich behandelten Gesetzentwürfe sind jener zu den Bestimmungen über den Abbau von mineralischen Rohstoffen und jener zur Regelung der Vergabe von Konzessionen für große Ableitungen von Gewässern zu hydroelektrischen Zwecken. Der erste erläuterte Landesrat Philipp Achammer überarbeitet das Landesgesetz aus dem Jahr 2003 und regelt nun die Erschließung neuer Gruben. Es wird weniger neue Abbaumöglichkeiten geben, dennoch wird für ausreichend Baumaterial gesorgt sein. Auch die Renaturierung bzw. die Wiederherstellungsmaßnahmen sowie andere Auflagen wurden überarbeitet. Der Gesetzentwurf ist mit 18 Ja, 3 Nein und 12 Enthaltungen genehmigt worden. Das zweite Gesetz, so Landesrat Giuliano Vettorato, bestimmt die Bedingungen und die Verfahren für die Vergabe der Konzessionen für große Wasserableitungen zur Erzeugung elektrischer Energie. Es geht dabei um eine ausgewogene Nutzung der natürlichen Ressourcen. Die Opposition forderte, den von den Konzessionären zustehenden Gratis-Strom an die Bürger und Bürgerinnen weiterzugeben und die Gemeinden vermehrt ins Boot zu holen. Landeshauptmann Arno Kompatscher unterstrich, dass durch die Energieproduktion im Land günstigere Tarife und Dienstleistungen geboten werden können. Das Gesetz wurde mit 18 Ja, 2 Nein und 15 Enthaltungen genehmigt. Im zweiten Teil der Sitzungswoche widmete sich der Landtag dann dem Nachtragshaushalt, dies in Verbindung mit dem Wirtschafts- und Finanzdokument und der Rechnungslegung 2022. Es handelte sich um insgesamt drei Landesgesetzentwürfe. Landeshauptmann Arno Kompatscher führte aus, dass im Nachtragshaushalt mehr als 550 Millionen Euro zur Verfügung stehen. 62,5 Millionen gehen an das Ressort Gesundheit und 40 Millionen an die örtlichen Körperschaften. 192 Millionen sind für den bereichsübergreifenden Kollektivvertrag 2023 vorgesehen, 28 Millionen für den Wohnungsbau, 42 Millionen für die Mobilität, 100 Millionen für das Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Bevölkerungsschutz und 22 Millionen für die Umwelt. Mit dem Gesetz zum Nachtragshaushalt wurde auch die Möglichkeit von Betriebspraktika ab 14 Jahren in geschützten Bereichen eingeführt. Außerdem hätte damit auch eine Neuerung zur SuperGIS für im Ausland lebende bzw. arbeitende Südtiroler und Südtirolerinnen kommen sollen. Letztlich konnte jedoch keine Lösung dafür gefunden werden. Die allgemeine Rechnungslegung 2022 wurde mit 18 Jahren und 16 Enthaltungen genehmigt. Die allgemeine konsolidierte Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2022 mit 17 Jahren und 15 Enthaltungen. Der Nachtragshaushalt mit 18 Jahren, 13 Nein und 2 Enthaltungen.